Vorletzten Freitag habe ich schon darüber berichtet, dass ab sofort Anbieter wie Gmail, Instagram, Facebook etc. eure Nachrichten automatisiert nach Kinderpornografie durchsuchen können und dürfen. Das hat gravierende Folgen, vor allem für Betroffene, die zum Beispiel gerade eine Therapie machen. Diese Praxis ist zwar bislang freiwillig, die EU sieht das allerdings ein wenig als Überbrückungszeit, denn ab September soll das ganze Verfahren verpflichtend werden. Auch für Ende zu Ende verschlüsselte Chats wie Signal oder Telegram. Schaut euch daher gerne das Video dazu an, in dem ich Patrick Breyer, Abgeordneter im EU-Parlament für die Piraten, interviewt habe. In den letzten IT-Trends, also letzten Freitag, habe ich euch gezeigt, wie Apple da rangehen möchte. Sie scannen mit einer KI jetzt schon direkt auf eurem Smartphone nach verbotenen Bildern und Videos. Apple hat damit eine Art Vorreiterrolle und viele andere werden sich das Verfahren vermutlich abgucken. Daher ist das auch für alle Nicht-Apple-Nutzer, glaube ich, ziemlich spannend, wie das ganze Verfahren eigentlich funktioniert. Ich habe dort damals allerdings ein paar Recherchefehler gemacht, das tut mir sehr leid. Hier kommt jetzt also die korrekte und teilweise auch eher technische Version des Ganzen, die aber trotzdem hoffentlich interessant ist. Und danke fürs Anstoßen in die richtige Richtung, denn der Vorgang hier nennt sich Neural Hash. Und richtig, wer arbeitet mit Hashwerten und mit künstlicher Intelligenz? Okay, zunächst mal fängt die KI natürlich bei Dateien auf eurem System an, sollte klar sein. Also zum Beispiel mit Bildern, die ihr via WhatsApp oder sonstigen bekommen habt. Diese Bilder werden auf eurem Gerät mit einer künstlichen Intelligenz, also einer KI, verarbeitet, um einen sogenannten Hashwert zu erzeugen. Sollte dieser für Kinderpornografie sprechen und es kommt mehr als x mal vor, wobei wir x nicht kennen, dann werden die verdächtigen Bilder von der Polizei überprüft. Und wenn dem natürlich so ist, kriegt ihr Besuch. Davor weiß aber auch Apple nicht, dass ihr auch nur ein einziges verdächtiges Bild besitzt. Gut, damit haben wir unsere Kapitel für heute. Hier klären wir ganz kurz die Frage, warum das Ganze bei euch stattfinden muss. Auf eurem iPhone und vermutlich auch bald auf anderen Geräten. Wie gesagt, September. Apple will nichts von euren Fotos wissen. Sie wissen zum Glück, wie sensibel Bilder sein können, die geflaggt sein könnten oder werden. Deswegen wollen sie private Dateien eigentlich nicht durchstöbern, tun es jetzt aber gewisserweise trotzdem. Die KI läuft also lokal auf eurem iPhone und sendet laut Paper keine Daten über eure Bilder an Apple. Auch keine Metadaten, wie zum Beispiel den Aufnahmenort. Das ist ja teilweise auch enthalten. Allerdings muss Apple ja, sollte Kinderpornografie dabei zu finden sein, wissen, dass das auch echt so ist. Tatsächlich weiß Apple aber selbst hier nicht, wie sensibel eure Inhalte sind, denn Apples KI sendet automatisch bei jedem Nutzer in regelmäßigen Abständen ein gefunden von eurem Handy an deren Server. Falls also die KI mal ausschlägt, könnte es auch nur ein zufällig generiertes Rauschen sein, das euer Handy wirklich so machen möchte. So will Apple verhindern, dass manche Nutzer diffamiert werden oder durchsucht werden, weil sie Verbotenes auf ihrem Handy haben könnten. Aber klar, so wird quasi jeder Nutzer erstmal zum Täter. Hört sich falsch an, aber ja, stattdessen gibt es eben auch diesen Schwellenwert, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, dieses X, was wir nicht kennen. Wenn man also nur einmal ein verbotenes Bild auf seinem Handy hat, dann macht das noch gar nichts. Wo genau dieser Schwellenwert liegt, das weiß niemand und der wird auch von Apple natürlich geheim gehalten. Was auch geheim gehalten wird, ist folgendes. Natürlich darf niemand die Hash-Werte der tatsächlich illegalen Materialien kennen. Damit könnte man zwar die Materialien nicht wiederherstellen, das erkläre ich euch gleich, aber man könnte versuchen, die Hashes aus anderen Bildern zu bekommen und diese an Dritte zu senden. Das heißt, jemand könnte euch ein harmloses Bild senden und weil Apples KI denkt, es sei böse, kriegt ihr eine Anzeige. Dazu aber nachher nochmal mehr. Das heißt, Hashes sind weder mir noch irgendwem außerhalb von Apple bekannt. Wahrscheinlich den meisten bei Apple nicht mal. Was allerdings bekannt ist, sind die Personen, genauer gesagt Kinder, die darauf zu sehen sein könnten. Hier kooperiert Apple mit Missing Kids und anderen Stellen von vermissten Kindern. Und wenn diese Kinder in Kombination mit Nacktheit auftreten, wird auf jeden Fall ein Treffer bei der KI ausgerufen. So soll es zumindest sein. Dazu müssen aber die problematischen Hashes trotzdem auf euer System kommen. Das wurde mit sogenannter Private-Set-Intersection gemacht. Jetzt ganz kurz dazu. Das ist eine Art Verschlüsselung, die auf eurem Smartphone genutzt werden kann von der KI, aber die Werte an sich bleiben trotzdem geheim. Das heißt, ihr kennt eigentlich die Werte, die auf eurem Handy sind, nicht. Der Schlüssel dazu liegt nur bei Apple. Eben eine geheime Menge sozusagen, mit der man untersucht, wie viele Schnittpunkte es gibt. Aber erst mit Hilfe von Apples Servern kann das Ergebnis dann am Ende auch wirklich genutzt werden. Das heißt, die KI generiert Ergebnisse, die auch verschlüsselt sind. Das ist übrigens wirklich hart in der Forschung gerade drin. Das ist sehr, sehr neu. Die Sachen funktionieren, sind uns als Menschheit aber halt echt noch nicht lange bekannt. Also ist schon ziemlich geil eigentlich. Doch lasst uns kurz noch über die KI reden. Die KI ist ein neuronales Netz und bleibt der Öffentlichkeit unbekannt. Apple muss sie aber natürlich an eure iPhones ausliefern und deswegen ist die Software auch da. Also Reverse-Engineering könnte man probieren, hat aber bislang noch nicht wirklich funktioniert und würde vermutlich auch nicht mal was bringen. Man hat sie allerdings einigermaßen lauffähig gemacht. Das bedeutet, es war Forschern möglich, damit rumzuspielen. Allerdings ohne die Datenbank zu kennen. Doch dazu gleich mehr. Zunächst mal, was ist eine KI? Eine KI ist eine Software, die von Haus aus nix kann. Also gar nix, ja. Sie muss erst trainiert werden. Anhand von einem ganzen Haufen an Bildern und in dem Fall vielleicht auch noch Videos. Und irgendeine arme Sau muss vorher sagen, was dabei rauskommen soll. Das heißt, Bild rein, irgendwas anderes raus. Das dazwischen ist die KI. Die muss aber komplett trainiert werden. Das heißt aber, wir erwarten jetzt nicht, dass jemand jetzt Kinderpornografie gucken musste und dann Labels ausdrucken musste dafür, sondern nur, dass diese KI Bildern eine Art Fingerabdruck verpasst. Das heißt, das ist das Bild, das ist der Fingerabdruck. Das heißt, die Infos aus dem Bild werden in einen Zahlenwert gepresst. Allerdings kann aus dem Zahlenwert, weil er so kurz ist, nicht mehr das Bild wiederhergestellt werden. Das heißt, habt ihr einmal diesen Zahlenwert, geht es nicht mehr zurück. Man kann damit eben nur die Bilder vergleichen. Und der sollte eindeutig sein. Kommen wir gleich zu. Damit kommen wir aber auch schon zu dem Hashen, denn die Ergebnisse dieser KI sind genau das. Ein kryptografischer Hashwert hat drei Eigenschaften und funktioniert erstmal wie folgt. Du nimmst ein Bild oder irgendwas anderes. Da kann grundsätzlich alles reinkommen. Also Bild, Video, Computerspiel, euer komplettes System. Alles kann da rein. Ein Foto von euch kann da auch rein. Also in dem Fall sind es Bilder, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Und irgendwas Unvorhersagbares kommt wieder bei raus. Ein kleines Beispiel dazu. Dieses Bild hier produziert diesen Hashwert. Werdet nicht drauf gekommen, oder? Es macht auch nicht wirklich Sinn erstmal. Aber da geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Denn die erste Eigenschaft hier ist, wenn man so einen Hashwert berechnet hat, dann kann man daraus das Bild nicht mehr zurück berechnen. Das ist eine grundlegende Eigenschaft von Hashfunktion. Und ja, das konnte man jetzt für diese KI leider noch nicht beweisen. Aber es macht grundsätzlich schon Sinn. Denn jeder Hashwert hat dieselbe Länge, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, nehme ich unterschiedlich große Bilder oder unterschiedlich viele Bilder. Ja, so ein Bild kann ja alles möglich haben. Das sind einfach nur Werte im Endeffekt. Und ein Bild kann wirklich viele Werte haben. Jedes einzelne Pixel ist ein Wert. Und je mehr Pixel ich habe, desto größer wird mein Bild. Und desto mehr mögliche Bilder habe ich natürlich auch. Habe aber insgesamt nur so wenig Anzahl Plätze für meinen Hashwert. Und das heißt, irgendwann habe ich auf jeden Fall Bilder, die denselben Hashwert rausbringen. Das ist eigentlich immer so. Es liegt also eigentlich nahe, dass ich aus einem Hashwert nicht dasselbe Bild wieder erreichen kann. Die zweite und dritte Eigenschaft sind aber viel spannender. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, zwei Bilder habe, dann darf derselbe Hashwert nicht nochmal rauskommen. Das müssen immer unterschiedliche Hashwerte sein. Und ich darf nicht wissen, welche. Selbst wenn ich nur ein Bild habe, darf ich nicht über irgendeinen Algorithmus irgendein anderes Bild finden, was denselben Hashwert wieder produziert. Das wurde hier aber tatsächlich von einigen Forschern geschafft. Diese beiden Bilder hier produzieren denselben Hashwert. Ups. Ebenso wie diese beiden und diese beiden. Das sind sogenannte Hash-Kollisionen. Neural Hash hat aber sogar noch eine Eigenschaft mehr. Das wurde quasi so erschaffen. Es gibt einen sogenannten Gradienten. Das heißt, einen fließenden Übergang. Habe ich nun ein Foto einer Katze, dann hat dieses Bild theoretisch zumindest einen sehr ähnlichen Hashwert wie generell Fotos mit Katzen drauf. Je verschiedener die Bilder, desto größer der Unterschied zumindest in der Theorie. Das hat den Zweck, dass Täter eventuell Bilder spiegeln oder einzelne Pixel ändern und damit soll das Ganze eben ausgemerzt werden. Wie wir gesehen haben, ist dieses Verfahren eigentlich schon durchaus auf eure Privacy bedacht. Und dennoch ist es eigentlich effizient möglich, Hash-Kollisionen zu erzeugen. Das haben wir gerade gesehen. Apple möchte zwar das Ganze reparieren, aber vermutlich wird das nicht ganz gehen. Eben weil dieses Verfahren keine kryptografische Hash-Funktion ist. Es existiert sogar ein Skript, mit dem man Bilder in diese Richtung generieren kann und sie dann quasi auf andere Bilder anpassen kann, sodass sie denselben Hashwert produzieren. Nimmt man jetzt also als Straftäter ein einzelnes Bild und baut ähnliche Bilder, die aber nicht strafbar sind und verschickt sie einfach überall, dann könnte man, ohne selbst direkt straffällig zu werden, die Behörden komplett überlasten, weil sie die ganzen Bilder von Gefährdern natürlich von Hand sortieren müssen. Wo wir gerade beim Thema Polizei sind, auch wenn sie nicht alle meine Bilder sehen, so kann es trotzdem passieren, dass private, nicht problematische Bilder gefleckt werden. Die Fehlerrate der KI ist nämlich nicht bekannt. Tendenziell kann man das aber vermutlich sogar über einen Schwellenwert einstellen. Das heißt, man kann sagen, ey, wenn es so und so viel falsch ist, dann ist es noch ein Treffer und wenn es so und so viel falsch ist, dann ist es halt kein Treffer mehr. Wie gesagt, ähnliche Bilder werden gefunden und das betrifft dann eventuell eure sexy Bilder oder irgendwelche Strandbilder mit Kindern drauf. Ich fände es nicht ganz okay, dass die alle an die Polizei gehen sollen. Echte illegale Bilder könnte man aber immer noch durch ein paar Schlieren auf dem Bild versenden, ohne dass sie dann irgendwie erkannt werden, weil sie einen völlig anderen Hash-Wert bekommen. Zugegeben, das ist etwas zu viel Aufwand, denn eigentlich kann man so Material natürlich auch einfach verschlüsselt verschicken. Also einfach ein bisschen Verschlüsselung und schon hat niemand mehr die Möglichkeit, irgendwelche Bilder zu analysieren. Und damit ist das Verfahren zum Großteil nutzlos und man erwischt wieder nur die Straftäter, die halt überhaupt nicht aufpassen. Und ja, einmal aus Versehen das Bild auf dem iPhone entschlüsselt, das reicht ja nicht mal. Dank dem Schwellenwert kann man ja eine gewisse Menge an illegalen Bildern besitzen. Wie viele weiß man aber eben nicht, das weiß nur Apple. Mit dieser KI könnte man jetzt aber zudem noch hergehen und je nach Hash-Wert vielleicht Bilder sortieren, gerade durch diesen Gradienten in Richtung Demonstration, Nasebohren oder Meme oder Drogen und so weiter. Dank dem Gradienten sollte das wie gesagt ganz grob zumindest machbar sein. Zwingt man jetzt also zum Beispiel Apple in einem nicht ganz so demokratischen Land dazu, einzelne zu blockieren, zum Beispiel Demonstrationen oder zu melden, dann wäre das sehr, sehr einfach möglich. Man definiert einfach die Bereiche von den Hashes und legt los. Oder zumindest ist das das, wovon ich aktuell ausgehe. Denn Apple ist ja leider wahnsinnig intransparent bei diesem Verfahren. Wir wissen eigentlich genau genommen nicht, was Apple wirklich macht, mit welchen Daten sie das tun und ob sie all ihre Maßnahmen wirklich einhalten. Die Dinger könnten auch einfach komplett unverschlüsselt an die Server geschickt werden. Das ist wie gesagt alles einfach nur Vertrauen und wegen nicht öffentlichem Programmcode kann das nicht überprüft werden. Alles in allem bleibt Apple-Nutzer jetzt nur noch zu hoffen, dass sie kein Pech mit ihren Bildern oder ihren Freunden, die sowas verschicken haben. Das ist schade, obwohl Apples Lösung durchaus auf Privatsphäre achten möchte. Im Prinzip gilt hier auch wieder all das, was ich im letzten Video zur Chatkontrolle schon gesagt habe. Das heißt, schaut euch das unbedingt an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Was man jetzt dagegen tun kann, hat viele von euch auch noch interessiert. Und deswegen hier nochmal einen ganzen kurzen Rundown. Zunächst gilt ja immer noch das, was Patrick Breyer gesagt hat. Und zwar, wenn ihr selbst Opfer von sexuellem Missbrauch seid oder wart und das Gesetz zur Chatkontrolle oder auch dieses Verfahren hier euch beeinträchtigt. Zum Beispiel, weil ihr mit Freunden kommunizieren wollt oder auch mit eurem Therapeuten. Dann sucht er tatsächlich noch Mitkläger für seine Klage. Ich verlinke auch ihn bzw. seine Kontaktdaten nochmal unten in der Beschreibung drin. Es gibt zudem eine Petition, die ihr unterschreiben könnt. Die ist natürlich auch wie immer unten verlinkt. Die soll auch dazu führen, dass das ganze Verfahren eben nicht angenommen wird. Darüber hinaus würde ich auf Open Source Smartphones setzen, denn wahrscheinlich auch bei Google wird das nicht mehr so lange dauern. Android, ja Google. Dazu haben wir uns ja schon mal Graphene OS angeguckt. Das ist nicht ganz so komfortabel, aber es ist zumindest mal eine Lösung und es wird auch noch mehr auf meinem Kanal kommen. Das verspreche ich euch und deswegen vergesst das Abo bitte nicht und für mehr Katzenbilder folgt mir bitte auf Instagram. Ich brauche noch 10.000 Abos hier und sonst kann ich keine Swipe-Up-Stories machen. Das heißt, ja, guckt da vorbei und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.